Ich war mit einem Marxisten verheiratet und ich war mit einem Faschisten verheiratet und keiner von beiden hat den Müll rausgebracht. Ein grandioses Zitat von Lee Grant, Regisseurin und Schauspielerin und ich danke Luise Pusch für diesen Hinweis und damit Hallo zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Rohner. Danke, Luise F. Pusch. Das ist ja grossartig. Danke, Isabel Rohner. Und es bringt es so auf den Punkt. Also auch dieses Thema, wo verorten sich Feministinnen politisch, das begegnete mir gerade die letzten Wochen wieder. Ich wurde als linke Feministin bezeichnet und einen Tag später als Feministin, die den Rechten nahe steht. Also Spagat mit eingedrehtem Salto. Und ich musste ehrlich gesagt sehr an meinen allerersten Chef denken, der immer gesagt hat, wo ich bin, ist vorn. Also nicht links oder rechts. Das ist auch so ein Satz, den würde ich mir gerade merken. Wo ich bin, bin ich vorn. Ich bin es vorn. Also wir starten die Woche. Darf ich gerade mit etwas ganz Tolles beginnen? Oh ja, toll ist gut. Also Netflix-Serie. Das Gesetz nach Lydia Poet. La Lege di Lydia Poet. Die Matilda de Angelis spielt dabei eine Anwältin in Turin des späten 19. Jahrhunderts. Es ist ein Augen, Ohren und Schnittschmaus. Und jetzt kommt das Beste. Es beruht auf der wahren Geschichte von der Lydia Poet. Poeta in Italien. Sie schloss tatsächlich 1881 an der Università di Torino ihr Jurastudium ab. Also 1881. Also und die Anwaltskammer war dagegen, dass sie als Anwältin aufgenommen wurde, obwohl sie natürlich brillant alle Examen bestanden hatte. Und jetzt kommt der Clou. Also sie durfte nicht als Anwältin agieren und arbeiten, aber alle Zeitungen. Und das Volk stand voll hinter ihr. Sie war eine geniale Feministin. Und 1919 kämpfte für die öffentlichen Ämter für Frauen. 1919 musste Italien ein bisschen was auftun nach dem Ersten Weltkrieg. Und erst mit 65 Jahren wurde sie aber 1920 die erste Anwältin in ihrem Land. Hat aber in den Jahrzehnten vorher international, national für alle, für Feminismus, Subfragetten und einfach radikale feministische Positionen gekämpft. Spannend. Ich habe noch nie von ihr gehört. I know. I know. Ich auch nicht. Sind wir nicht wirklich völlig daneben? Nein, wir sind nicht daneben. Aber die Geschichte wird von uns ferngehalten. Und sag mal, wie viele Folgen hat diese Serie? Ich glaube, also es ist erst quasi der erste Teil, die sechs Episoden oder acht Episoden. Ich habe erst begonnen. Und was das Spannende ist, sie hat ähnlich argumentiert im 19. Jahrhundert wie die erste Juristin Europas, Emilie Kempin-Spiri. Nämlich, es gab kein Gesetz, das Frauen im 19. Jahrhundert explizit ausschloss aus den öffentlichen Ämtern. Und sie bewies, dass es eine Rechtsbeugung ist und eigentlich eine demokratische, rechtsstaatliche Verletzung. Und ich finde es umwerfend. Weil die Gesetze dann von Bürgern gesprochen haben. Das war ja der Fall in der Schweiz. Und Emilie Kempin-Spiri ist vor Bundesgericht gezogen im 19. Jahrhundert, um zu sagen, Frauen sind auch Bürger, deswegen wirklich Zugang zur Möglichkeit, als Anwältin arbeiten zu können. Genau. Und das Bundesgericht hat das zurückgewiesen mit dem wunderbaren Satz, der Vorschlag sei ebenso neu als auch kühn, was ich immer noch ganz toll finde. So oder so schaut Lydia Bowert, weil es hat mich dazu gebracht, zu ihr zu recherchieren. Es müssen unbedingt Biografien geschrieben werden. Es ist toll. Und der Soundtrack ist berauschend. Also wirklich super. Und das passt total zu meiner guten Nachricht der Woche. Denn bei deinem Hinweis auf die neue Netflix-Serie geht es auch darum, Frauengeschichten sichtbar zu machen. Und genau das ist das Ziel einer Kampagne, die Palais Flux, das Online-Magazin Palais Flux, gestartet hat. Palais Flux wurde gegründet von der großartigen Schauspielerin, sage ich schon, nein, Entschuldigung, Journalistin. Ich schätze sie sehr. Wir kennen uns persönlich. Silke Burmeester. Und zwar als Online-Magazin dezidiert für Frauen ab 47, weswegen sie immer sagt, Isabel, du bist noch ein bisschen zu jung. Ja, absolut, absolut. Ich passe gerade knapp rein. Ja, also ich lese Palais Flux trotzdem. Und Palais Flux hat diesen grandiosen Untertitel für Rausch, Revolte und Wechseljahre. So, Silke Burmeester also hat zusammen mit der Schauspielerin Gesine Kukrovski die Aktion Let's Change the Picture gestartet. Für ein zeitgemäßes Altersbild in Film und Fernsehen. Diese Aktion wird unterstützt von namhaften Schauspielerinnen wie Jasmin Tabatabai oder Ruth Reinecke, viele weitere mehr. Diese Woche war auch ein großes Interview mit Kukrovski, Tabatabai und Reinecke in der Zeit, beziehungsweise Zeit Online, in der Zeit weiß ich gar nicht, wo, wo sie thematisieren, dass, dass sie schlicht keine Rollenangebote bekommen, jenseits der alten Oma, der verlassenen, verbitterten Ex-Ehefrau. Oder, oder wenn sie denn eine Unternehmerin spielen dürfen, ist die garantiert böse und, und kriegt so auf den Deckel, weil das geht ja nicht, dass eine Frau erfolgreich ist. Genau. Und was, das ist so ohnehin ein großes Thema von Palle Flux und Silke Burmeester, Sexualität kommt nicht vor. Also eigentlich schon ab, für Frauen ab 40. Obwohl dann ja die Sexualität erst interessant wird. Erst Beginn für die Frauen, ja. Himmel, wow. Nee, aber das, das kommt ja nicht vor. Und während Männer im selben Alter immer auch ein Love Interest verkörpern, ne, ist, kommt das bei, ist das bei Frauen raus. Und diese Frauen bringen das in die Öffentlichkeit, sagen, wir brauchen endlich richtige Drehbücher. Wir brauchen Filmangebote. Wir wollen, dass mehr Regisseurinnen uns inszenieren, weil die auch wissen, dass das Leben von Frauen ab 40 nicht direkt zu Ende ist. Und man nicht von der, äh, fickable zur, äh, zur alten Oma wird. Zur invisible. Ja, aber abgesehen davon, dass es die alte Oma gar nicht gibt. Also alle Großmütter, ich bin selber eine, die ich kenne. Die sind total fit und wunderbar. Sind total lebendig. Also let's change the picture. Und was ich auch so toll finde, die thematisieren das knallhart. 21 Millionen Menschen in Deutschland sind über 47. Das ist ja wunderbar. Sind Frauen über 47, ne? We are the majority. Also wartet nur auf uns. Aber wie furchtbar, dass die nicht vorkommen in Film und Fernsehen. Ja, also nicht nur, dass die nicht vorkommen. Also mich tröstet das ungemein. Also wir sind die Mehrheit, wartet nur. Also wir sind auch dran, hier erheblich Gegenwind zu produzieren. Du, aber geniesst noch deine, deine ... Meine letzten paar Jahre, meinst du? Ich finde, ich finde tatsächlich, ab 40 hat für ... Also ich war schon vorher ziemlich glücklich. So bis ... Also 25 war schon noch schwierig, aber dann ... Also und ab 40 geht's echt ab. Da habe ich auch noch eine sichtbarkeitspositive Nachricht. Chiara Ferrani, eine der grössten Influencerinnen in Italien, ich habe es jetzt mit Italien, hat mit einer unglaublich klugen Aktion auf Hate im Netz gegen Frauen und Femizide im Schlagerfestival Sanremo gemacht. Die Moderatorin mit 28 Millionen Followern tritt in Sanremo in einem umwerfenden Naked Dress von der Maria, also Designerin von Chanel, Maria Grazia Chiari, glaube ich, heisst sie, auf, also mit einem Naked Dress und dann mit einem Dress mit Schimpfwörtern und dann mit einem Cage-Design als Symbol für Frauen im Käfig. Wow. Also es ist wirklich ... Also es erschüttert dich. Du hast das Gefühl, sie kommt nackt auf die Bühne. Und es ist einfach ein Naked Dress. Und sie hat in der ganzen Moderation weist sie darauf hin, dass gerade im Unterhaltungsbusiness, genau das, was du gesagt hast vorhin, die Frauen entweder unsichtbar gemacht werden oder ausschliesslich als fuckable, non-fuckable, ständig im Hate mit ihrem Körper ausgesetzt werden. Sag, und das Sanremo, das Festival Sanremo, ist ja eine Riesensache in Italien, das grösste Schlagerfestival, so ein bisschen wie Eurovision für Italien. Ja, du bist super. Ja, ich habe das früher, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, regelmässig auch geschaut und sag, das war jetzt letzte Woche bei der Preispiele. Genau, also das war vor zwei Wochen schon. Aber ich wollte diese Aktion auch zeigen. Ich werde auch die Fotos posten. Ich habe einfach gewartet für die Podcastin, weil das kommt mit Verspätung nach Deutschland. Und es gab viel zu wenige Feuilleton-Berichte dazu, außer die FATS natürlich, weil es ist ein umwerfendes Nacktbild natürlich von der umwerfend schönen Chiara Ferrani, die ich auch follow. Aber ich finde die Fashion, so wie sie sie präsentiert, ich finde sie unglaublich sympathisch. Also ähnlich wie Michelle Hunziker. Ich habe einfach eine Schwäche für die Art von lebenslustigen, wirklich sehr positiven Frauen. Und das fand ich eine umwerfende Aktion. Hat ganz Italien während einer Woche bewegt. Stark. Ist gut. Finde ich stark. Muss ich nachlesen. Ich fand das, und vor allem, weisst du, in mir ging zuerst vor, als ich nur das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, aha, wieder eine Nacktaktion. Also weisst du, es ist ja tragisch, dass Frauen über ihren Körper quasi Politik betreiben müssen. Und gleichzeitig weiss ich jetzt, nein, es ist ja egal, was wir sagen, so oder so ist auch unser Körper im Vordergrund, oder? Also weisst du, du kannst diesem Zirkel gar nicht entfliehen, weshalb dann nicht den Körper auch zum Ausdruck des politischen Protestes machen, so wie es die Filmen gemacht haben, oder? Also das fand ich stark. Ja, ich habe mich bei den Filmen immer gefragt, hat es denn funktioniert? Also ich glaube, es ist eben ein Dilemma. Also mit Putin, also als Gegenaktionen in Russland gegen Putin, auch im Zuge der Pussy Riots, weisst du, in den Nullerjahren, hat es tatsächlich wahnsinnig funktioniert. Es ist ein grosses Problem unserer Zeit. Darüber versuche ich auch zu schreiben und zu erklären in der Sprechakttheorie, dass wir im Zuge der Pornografisierung des Alltags und der Digitalisierung eben die Körperlichkeit von Frauen als einzig geltendes Kriterium in den Vordergrund setzen und das auch nur so erkennen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also quasi, es gibt kein richtiges Leben im nackten Körper einer Frau. Andererseits denke ich, wenn der popkulturelle Ton so auf Nacktheit eh gerichtet ist, wieso sie dann nicht tatsächlich in einen Kontext setzen. Verstehst du, was ich meine? Also von dem her war ich, also eben zuerst bei den Filmen auch, fand ich, oh, es ist wieder Pornografisierung. Also wir müssen alle nackt quasi sein, um unsere Botschaft, unser Message, also we are the nakedness, oder the message is our body, also die Message ist in unserem Körper, muss das sein, wir wollen ja genau was anderes aufzeigen und dann gleichzeitig realisieren. Ja, the message is our body. So we have to put our body in. Also wir müssen unseren Körper, wir müssen mit der körperlichen Wirklichkeit sichtbar werden. Und zwar unterschiedlichen Körperlichkeiten, eben nicht weissen Körpern, nicht ganz jungen Körpern, aber auch jungen Körpern und alten Körpern und so weiter und so fort. Also da habe ich meine Meinung … Auch angezogenen Körper. Ja, absolut. Also sie können durchaus auch Klamotten zahlen. Absolut, aber da habe ich meine Meinung geendet, das habe ich gemerkt. Und weisst du, punkto an … Ich bin da noch hin und her gerissen, gebe ich zu. Ja, aber punkto angezogene Körper müssen ja feststellen, dass die Frauen in Führungspositionen dann wie Männer aussehen müssen. Weisst du, diese ganze Anzugskultur. Das stimmt ja nicht mehr. Also da nehme ich wahr, die Uniformierung der Männer ist gleich geblieben. Ich bin immer schockiert, wenn ich durch die Männerabteilung gehe und mit meinem sehr, sehr modischen Mann, der garantiert nie einen grauen oder blauen Anzug anziehen würde, sondern auf den wild gestreiften, bunt gemusterten, kuhbefleckten oder so zielt. Ja, super. Aber es ist furchtbar schwierig und langweilig. Also diese Uniformierung ist viel, viel stärker bei den Männern. Und bei den Frauen, die in Führungspositionen sind, kommen oder auch wirklich in oberste Leitung, da ist ja die Möglichkeit viel grösser. Und das ist auch, finde ich, inzwischen auch, war natürlich auch ein Kampf. Also es gab ja, ich sage, diese Situation, wo die erste Frau in Hose an das Rednerpult gegangen ist, das ist alles noch nicht lange her. Aber dass Frauen bunt sind, das ist angekommen. Also Hosentragende Frauen sind nach wie vor in Iran verboten. Also eben wie auch, wenn der Chazon nicht richtig sitzt, respektive der Hijab. Also das sind alles, eben am Körper vollzieht sich Politik. Das ist eigentlich die Erkenntnis. Und gleichzeitig fand ich eben die Aktion in Italien, im Westen, im Kontext, den Körper, den nackten Körper, aber als Kleid. Sie ist ja nicht nackt. Das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte. Und ein Kleid, das sich dann auch in einen Käfig verwandelt. Fand ich klasse. Und ich weise bei Italien immer gerne darauf hin, Italien hat die Tradition der Veline. Die Velina, das ist die Assistentin im italienischen Fernsehen. Und bis vor, also ich habe die Zahlen, die Statistik, die ist, glaube ich, jetzt inzwischen fünf Jahre alt, da gehörte Velina, also Assistentin im Fernsehen zu sein, auf die Top Ten der Berufswünsche von italienischen Mädchen. Jetzt muss man aber wissen, diese Assistentin bedient ein gewisses Frauenbild. Das heißt, sie sind hochgetunt in Sachen Weiblichkeitsklischees. Also blonde Mähen, große Busen. Also wirklich Weiblichkeit in ihrer Sexualisierung. Also hoch, hoch, hoch problematisch. Und vor allem auch in ihrer weissen Sexualisierung. Ja, absolut. Darüber können wir dann wieder über die schreckliche Sendung, die wieder angelaufen ist, den Namen ich jetzt nicht erwähnen will, reden. Wir haben schon einmal eine wahnsinnig tolle Folge mit, also vor allem Isabel Rohner, du hast das enorm gut dekonstruiert, den Schrott, den die Heidi Klum da wieder produziert. Aber ich möchte noch eine gute Nachricht schnell. Ich habe auch noch was. Ah, sehr gut. Ja, ja. Und es passt sogar so zum Thema Körper. Und es passt in die aktuelle Zeit, denn gerade ist wieder Karneval. Ich erinnere daran, dass es immer noch große, mächtige Karnevalsvereine gibt, wie die Roten Funken in Köln, die keine Frauen als ordentliche Mitglieder aufnehmen. Und das ist kein Witz im Sinne von, na ja gut, dann sind die halt da nicht auf der Bühne, sondern da geht es um Job, um Macht und Hierarchien. Darüber haben wir in den letzten zwei Jahren, 2022 und 2021 jeweils in der Februar-Folge da während Karneval, berichtet. Genau. Das erzähle ich also nicht. Genau, deshalb habe ich gelacht, weil ich gedacht habe, ja, Isabel, richtig unbedingt erwähnen. Ja, und ich verstehe nicht, warum das kein Thema ist in den Medien. Also das ist wirklich Diskriminierung per se. Pur, pur, ja. So, ich oute mich jetzt. Es gibt Gebäcke, die ich in Karneval, an Karneval liebe. Und vor allem, wenn ich in der Schweiz bin. Und dazu gehört das Schenkreli. Weißt du, was ein Schenkreli ist? Nein. Kennst du das? Nein. Das ist so lang wie vielleicht ein Finger oder so eine halbe Hand. Es ist auch so eine Rolle, so frittiertes Gebäck. Ich liebe das und bin sehr froh, Klingt sehr ungesund. Total. Ich liebe das. Ich esse das immer, wenn ich in der Schweiz bin. Denn zumindest in der Ostschweiz gibt es das auch jenseits von Karneval. Aha. Das Schenkreli. Ich war letztes Wochenende in der Schweiz und bevor ich zurückgeflogen bin, war ich im Migros, also Migros, große Supermarktkette, und habe ein bisschen was eingekauft, unter anderem Schenkreli. Und in der Tüte. Und Migros macht jetzt Schenkreli in verschiedenen Größen, also eben normalerweise sind das wirklich so rollengrösser als ein Finger. Und die machen das auch so ganz, ganz klein, da sind das eher so Vierecke. Also kalorienbewusster, ja. Ja, aber da sind mehr in der Tüte. Also normalerweise kauft man das nicht in der Tüte, sondern bei der Bäckerin des Vertrauens. Ich sage es ganz deutlich. Dann fahre ich nach Hause und gucke auf die Tüte und stelle fest, also der Deutsche, der Schweizer Name ist Schenkreli. Ich habe das immer verbunden als die geometrische Form, ne? Also Schenkreli. Schenkreli. Schenkreli, ja. Schenkreli. Aber in der Schweiz ist ja alles auch noch französisch und italienisch angeschrieben, jedes Produkt, weil wir sind ja multilingual. Da stand doch tatsächlich auf der Packung Quis de Dame und Gambe de Dame. Ah ja, klar. Also Frauenbeine und Frauenschenkel. Also knapp beim Frosch-Schenkel vorbei. Nein. Also mein Punkt ist, also A, das sieht nicht aus wie ein Frauenbein. Ich weiß nicht, was ihr für Ahnung habt vom Frauenbein. Aber ich möchte mal drauf verweisen, wir haben doch wirklich einen guten Prozess als Gesellschaft auch durchgemacht, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es jetzt vielleicht nicht so dolle ist, von Mohrenköpfen zu reden. Und der Schokokuss hat sich doch inzwischen etabliert. Und ich habe wirklich, aber ich habe wirklich gestaunt, dass das bei sexistischen Lebensmitteln offensichtlich kein Problem ist. Also da werde ich recherchieren. Da gibt es sicher historische Gründe. Da könnten wir auch eine Geschichte darüber schreiben. Ich lasse es mal so stehen und gehe zu meiner anderen guten Nachricht. Ah, da bin ich sehr gespannt. Macron unterstützt die iranische Exilregierung. Also er will die Exilregierung treffen, der französische Staatspräsident. Und das sind wirklich wichtige News. Weil die iranischen Folter Mullahs haben sich an die Macht geputscht, dank den französischen Linken 1779. 1979. Es war wirklich Mittelalter. Also ich vergebe, dass Foucault und Butler und all den antikapitalistischen, antiimperialistischen Menschen nie im Leben. Genau. Und Macron unterstützt die iranische Exilregierung. Und deshalb möchte ich hier etwas sagen, ganz kurz nur. Wirklich. Weil ich darauf angesprochen werde, in x-Mails und Tweets, persönlichen Nachrichten. Was hältst du von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer? Und diesbezüglich sage ich einfach nur das. Beide sind keine Militärexpertinnen. Erstens. Zweitens sind Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer der Anti-Amerikanismus und die sogenannte antiimperialistische Politik immer, immer, immer noch wichtiger als die Demokratie. Und damit reihen sie sich in die klassischen 68er-Bewegungen, die zwar jetzt auch langsam am Aussterben sind, aber das ist genau die radikale RAF und einfach verblöderte Haltung der alten Linken, denen es wichtiger ist, auch Richard David Precht mit Markus Lanz in dem Podcast, ich habe wirklich fast Vögel gekriegt, welcher Unsinn da öffentlich-rechtlich verbreitet wird. Es ist immer wichtiger, ideologischen Positionen, gerade von links, auf den Positionen theoretisch beizubehalten und einen Anti-Amerikanismus zu betreiben, als tatsächlich auf die Wirklichkeit mal zu gucken und vielleicht dort zu anderen Meinungen kriegen oder mal sagen, ich habe keine Ahnung dazu. Das ist meine Haltung und das musste ich hier noch in der Podcasting sagen. Ich finde es gut, dass du das sehr nüchtern machst, bis auf ein Adjektiv. Aber wir skripten nicht. Das will ich noch mal sagen, auch wenn ich vorher ein wirklich blödes Wort verwendet habe. Das liegt auch daran, dass wir eben nicht skripten. Und du hast jetzt gerade auch nicht gescriptet und deswegen gilt es für dich genauso. Ich staune bei dieser Debatte mit wie viel Hass, die geführt wird. Und damit meine ich nicht schwarzer Wagenknecht, sondern der Umgang mit deren Position. Zu dieser Position kann man stehen, wie man will. Ich finde es wichtig, mit Positionen nüchtern umzugehen. Und ehrlich, ich finde, das war das Thema der vorletzten Session. Unsere Gesellschaft hat verstanden, dass Diversität etwas Wichtiges ist und eine Gesellschaft auch weiterbringt, aber sie ist nicht plural. Wir haben keine Pluralität. Und auch dieses Beispiel, die Meinung mag uns passen oder nicht, aber sie ist legitim. Es ist legitim, mit so einer Meinung auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn man den Text der Petition liest, ist der in vielen, vielen Punkten auch durchaus richtig, aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht. In der Sache, nein, ich würde das trotzdem nicht unterschreiben und ich sehe es auch anders, politisch. Aber es ist legitim und ich halte es für eine Demokratie auch wichtig, sich an Positionen zu reiben, um auch einfach die eigene Position, ob das jetzt individuell ist oder staatspolitisch, zu schärfen. Man muss sich auseinandersetzen und ich habe, ich fand es unglaublich, was in den letzten Tagen passiert ist und mit wie viel Häme, was überhaupt nicht zulässig ist, Hass, Niedermachen reagiert wird auf Meinungen. Und da müssen wir an unserer Debattenkultur, finde ich, arbeiten, als Demokratie, als Gesellschaft. Definitiv. Definitiv. Ich muss dir trotzdem sagen, meine Empörung, ich lebe Demokratie. Mir geht das aufs Herz. Mir geht es ins Hirn. Mir geht es in meine ganze Existenz. Und meine Empörung ist tatsächlich, dass es grosse linke Fraktionen in der Boomer-Generation über 47 gibt, die tatsächlich den Hass auf Amerika, teils auch einen virulenten, damit verbundenen Antisemitismus, dass die den als Meinung viel stärker positionieren, als quasi die Demokratie zu verteidigen. Das ist meine Kritik. Und das habe ich eben gesehen an der Documenta 15, also womit wir dann schon bald bei unserem nächsten Thema waren. Ja, aber das ist das, was mich wirklich stört. Ja, das unterschreibe ich total. Ich glaube, auch hier passt die Beschreibung zum Beispiel nicht zu Ali Schwarzer. Also, weisst du, da sind wir wieder bei dem, was am Anfang ist, links, rechts, blablub. Das ist wie nicht gleiche Meinung. Was in Ordnung ist, regulär stemmen. Genau, genau. Ich finde, also dort ist meine Empörung gross. Du hast selbstverständlich recht, dass die Angriffe auf, dass die Angriffe auf, auf Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht als Geschlecht oder als Frauen, dass die typisch sexistisch diskriminierend, vernichtend sind. und so werden einfach die alten Klischees bedient. Also, eben die Medien, die Medien und die Meute sind sich nie zu schade. um ihren Frauenhass mit irgendeiner guten Begründung öffentlich zu machen. Ja, sehr klug. Das ist wirklich das Traum. Sag mal, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen heute, darf ich noch eine kleine, kurze, lustige Geschichte erzählen? Also, so lustig. Unbedingt. Sie ist lustig, aber eigentlich im Kern auch wieder nicht. Und zwar, Chat, GPT, haben wir ja in der letzten Sitzung häufiger angesprochen, ne, und auch auf die Grenzen einer künstlichen Intelligenz hingewiesen, die auf Daten zurückgreift, wo es einfach einen riesen Gender-Gap gibt. Ja, genau. Und ein lieber, lieber Freund hat gestern mit Jet, GPT rumgespielt und selber gefragt, ne, also, wer ist Gerd Bührmann, hat er eingegeben und Jet, GPT, ähm, wusste dann ganz viel über sein Leben, was er nicht wusste, unter anderem, dass er die Übersetzer der Werke von Salman Rushdie sei, was, ehrlich gesagt, nicht ungefährlich ist, weil mehrere Übersetzer, auf die wurden Attentate verübt. Das habe ich gar nicht, ich habe das als Kompliment angeschaut und das stimmt natürlich, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, also, und er hat aber auch eingegeben, wer ist Isabel Rohner und das möchte ich einmal vorlesen, ähm, denn irgendwann wird das in irgendwelchen Seminararbeiten von Studierenden stehen und das finde ich doch ganz großartig. Nein, also, Isabel Rohner ist eine Schweizer Diplomatin, die verschiedene leitende Position im Schweizerischen Bundesamt für Kultur und im eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten innehatte. Und jetzt kommt's. Von 2016 bis 2020 war sie Botschafterin der Schweiz in Deutschland. Geht da noch ein bisschen weiter, mit noch mehr Schmarren, aber das ist schon interessant, ne? Also, ich habe ein paar Veranstaltungen gemacht mit der Botschaft. Die damalige Botschafterin, die von 2015 bis 2018 Botschafterin war in Deutschland, der Schweiz, hat sich am Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht mit einem Beitrag beteiligt und der jetzige Botschafter und ich, wir duzen uns. Das macht mich zur Botschafterin. Ja. Ich bin gespannt, was das mit meinen Pensionsansprüchen macht. By the way. Der Botschafter, dem habe ich das geschickt, der hat super reagiert und meinte, na ja, du bist ja auch irgendwie Botschafterin. Von Demokratie. Botschafterin des Feminismus. Und das finde ich natürlich sehr schön, aber es zeigt schon, wie hochproblematisch das ist, wenn man das einfach ungefragt übernimmt. Ich bin ja froh, dass ich Diplomatin bin und keine Pornodarstellerin. Das wäre ja genauso möglich. Ja, absolut. Absolut. Also, ich weise da einfach gerne auf meinen wirklich nach wie vor herausragenden Artikel über die Datenlöcher. The Big Democracy Gap, das grosse Datenloch. Den verlinken wir nochmal auf unserer Homepage. Dort erkläre ich wirklich en détail, wieso, dass Frauen, nicht weisse Menschen, massiv diskriminiert werden und zwar nicht nur, indem sie alle Klischees erfüllen. Du hast, glaube ich, das Beispiel gebracht der Bilderkennung, dass Frauen immer sexistisch und anzüglich dargestellt werden, auch in Avataren und so weiter. Nicht nur das erkläre ich, dass Klischees aus dem 19. Jahrhundert in den asiatischen und weissen Männerköpfen des Silicon Valleys unser aller Leben zerstören. langfristig, wenn das so weitergeht, sondern ich zeige auch auf, wie Lehrstellen eben die Demokratie zerlöchern. Das heisst also, selbst wenn du eben überhaupt nichts zu Stempfli als Akademikerin, als Intellektuelle, als Bestsellerautorin, als grosse Philosophin des 21. Jahrhunderts schreibst. Und unglaublich attraktive Frau, das du auch machst. Nein, aber ich meine dieses Konstrukt und das ist entscheidend. Es ist wichtig zu wissen für all uns Menschen, dass beim Programmieren, dass wir jede Kritik an selbstlernenden, künstlichen Systemen, jede Kritik auf zwei Beinen immer repetieren. Erstens, die Programmierungen sind voller Klischees, die schon längst überwunden sind. Also das ist in einer, die Programmierer, die Nerds, haben das programmiert in einem 1950er-Jahre-Frauenmodell. Sorry. Das sind wirklich nicht die Progressiven. Das sind nicht die Kreativen. Es ist ein Skandal. Erstens. Zweitens, sind nicht nur die Diskriminierungen ein Riesenproblem, sondern die sogenannte Unsichtbarkeit, wie wir es nennen in der Öffentlichkeit. Aber im Programmieren geht es um die Leerstellen. Also es geht um Thinking the Void. Und das zerlöchert unsere Demokratien, Gleichstellung, antirassistische Programme. Und deshalb werden die Referenzen immer eben klischiert, rassistisch und sexistisch wiederholt. Und zwar wirklich immer in den Schlagzeilen, in den algorithmgetriebenen Medienbetrieb. Und das ist entscheidend. Und was mich wahnsinnig aufregt, ist es zum Beispiel, also Bertelsmann hat eine gute Algorithmen-Expertinnenliste, da bin ich auch drauf, aber es werden nie Frauen zu diesem Chat-GPT, habe ich kaum Frauen gehört als Expertinnen, wenn dann irgendeine 25-jährige Google-Analystin, aber keine der gestandenen, klassischen, demokratischen Denkerinnen aus dem vor-digitalen Zeitalter. Weil diese Kritik haben wir schon bei den Lochkarten angemeldet. Also das einfach noch. Aber Messi, hast du das gebracht, Diplomatin? Ich habe meines auch eingegeben, ich bin Vorstandssitzende einer Stiftung, die ich noch nicht recherchiert habe. Oh, interessant. Das fand ich auch sehr interessant. Immerhin Vorstandsvorsitzende. Ja, genau. Und nicht Sekretärin. Auch das sagte mein erster Chef. Nichts gegen Sekretärinnen. Überhaupt nicht. Ich liebe die Sekretärinnen. Ich bin gerne eine Sekretärin. So, gehen wir zu unserem Hauptthema. Unbedingt. Es sind eigentlich zwei. Es geht um die Diskriminierung, den Frauenhass, die Verleumdung, das Mobbing im Kulturbetrieb und in progressiven Medienbetrieben. Media2 zunächst im Tagesanzeiger. Die TX Group Formalsta Media ist eine private Mediengruppe der Schweiz mit 3600 Vollzeitstellen und Mitarbeitenden in der ganzen Welt. Im Vorstand befinden sich zwei Frauen unter unzähligen Männern. Pascal Bruderer, SP-Nationalrätin, also die war Sozialdemokratin und Ursula Nötzli kenne ich nicht. Und sonst gibt es keine Frau in der Gruppenleitung, sondern Männer, die seit 100 Jahren dabei sind. Über 80 Prozent, sehr verehrte Damen und Herren der Schweizer Bevölkerung, werden via die TX Group politisch, kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich, ökologisch und so weiter informiert. Über 80 Prozent. Jetzt denken die deutschen Hörerinnen wieder, ist es langweilig, die Schweiz? Nein, das ist geballte Macht. Die TX Group ist mit der Süddeutschen eng liiert. Und wie ich in meinem letzten En-Suite-Rezension festgestellt habe mit Lea Haller über den Transithandel der Schweiz, die Schweiz ist eine der potentesten und wichtigsten Wirtschafts- und auch Kriegsmacht, wenn wir schauen in den Ukraine-Krieg. Das werde ich jetzt nicht ausführen, aber das müssen sie einfach endlich mal wissen. Übrigens ähnlich wie in den 90-30er-Jahren, als die Schweiz ein bestimmtes Zahlungssystem eingerichtet hat, das den Nationalsozialisten den Krieg mitfinanziert hat. Also hört auf, immer so zu tun, ach wie süss ist die Schweiz. Die Schweiz ist unendlich süss, sie ist auch wahnsinnig fortgeschritten punkto Gleichstellung mit vielen tollen Frauen, aber es geht eigentlich um Machtanalyse. Also, es geht um unfassbar viel Macht. Langer Rede, kurzer Sinn, das Unternehmen hat seit 2021 öffentlich geworden, geballte Media2-Skandale, Probleme, Schändungen, Frauendiskriminierung, Gleichstellungsverbrechen und der Clou, es ändert sich nichts, absolut nichts. Isabel Ruhner hat 2021 immer wieder das Media2-Reingebracht, wir haben monatelang immer wieder gefragt, geschaut, geguckt, was passiert in diesem Unternehmen, nachdem 78 Redaktorinnen einen offenen Brief im März 2021 unterschrieben haben und sich genau mit denselben Vorwürfen an die Unternehmungsleitung gewendet haben, wie jetzt aktuell Anushka Roshani, die in einem Spiegelartikel dem Unternehmen Diskriminierung und Sexismus anhand klarer Beispiele im Umgang mit ihrem damaligen Chefredaktoren nachweist. Und weisst du, das finde ich interessant, also damals vor zwei Jahren 78 Journalistinnen wenden sich mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit und werfen dem Unternehmen strukturellen Sexismus vor und belegen das auch noch mit umfangreichen Anlagen zu diesem Brief und wir waren fast die Einzigen, die darüber berichtet haben, sehr ausführlich berichtet haben. Und immer wieder, du hast es immer wieder in die Folgen gebracht. Du auch? Also wir beide? Nein, aber ich habe das schon längst manchmal vergessen oder verdrängt oder was auch immer, weil wir so viele Themen haben, aber wir blieben dran, wir sind die Einzigen. Wir waren allein auf weiter Flur, warum? Weil die Schweizer Medienszene aufgeteilt ist zwischen drei grossen Konzernen, einmal TX Group, einmal CH Media und einmal Rignier, wenn ich das mal so vereinfacht ausdenke. Also es gibt noch die NCC Gruppe, die möchte ich nicht vergessen. Okay, danke. Und ich habe mich damals an meine Kontakte bei CH Media gewendet und wurde von denen damals auch, darüber haben wir auch berichtet vor zwei Jahren, engagiert für einen Meinungsbeitrag. Den habe ich auch geschrieben und auch einfach dargelegt, was für eine wichtige Funktion Medien in einer Demokratie spielen und das ist natürlich, man nennt sie nicht umsonst, die vierte Gewalt und das ist natürlich die Aufgabe der Medien ist, auch Missstände offen zu legen und wäre so ein Fall, 78 Mitarbeiterinnen von Nestlé oder der Schweizer Bundesbahn hätten so einen Brief veröffentlicht, dann wären sämtliche Medien draufgesprungen und hätten über Wochen berichtet und dieser Meinungsartikel, den ich in dem Auftrag geschrieben habe, wurde nie gedruckt. CH Media hat es damals abgelehnt, ihn zu veröffentlichen, hat mich auch kontaktiert, hat mich auch bezahlt, also relativ gut bezahlt auch und hat mir damals ausrichten lassen, sie möchten, sie hätten darüber in der Chefredaktion auch verhandelt und gesprochen und wären der Meinung, dass sie anders beziehungsweise größer berichten wollen und Zitat, also damals haben sie mir gesagt, sie planen ein großes Interview mit dem Verlagschef von der TX-Gru Pietro Schuppino und dieses Interview gab es nie. Die CH Media hat in einem Artikel von einer Redakteurin berichtet und danach nie wieder. Also es passierte nichts, die Medien sind nicht draufgesprungen und darum finde ich das so gut und so wichtig und auch so tragisch, dass das nach zwei Jahren passiert ist, dass Anoushka Roshani sich an den Spiegel gewendet hat. Die Deutschen berichten jetzt und das wird auf oder wurde aufgenommen von viel mehr Medien und jetzt, also die Berichterstattung ist ja viel, viel stärker als vor zwei Jahren. Die Frage ist nur, passiert jetzt was? Das Problem ist, dass es jetzt nach zwei Jahren eben personalisiert werden kann. Oder wenn du einen 78 unterzeichneten Brief, offenen Brief hast, dann hast du eine Solidaritätsaktion, die enorm wichtig ist und die betreffenden Frauen auch einigermassen geschützt hat. Jetzt hast du einen klassischen Personalisierungs- und Skandalisierungsfall und genau so ist das Drama auch abgelaufen. Anoushka Roshani wendet sich an den Spiegel mit konkreten Vorwürfen. Finn Canonica, der wird namentlich erwähnt, den können wir hier auch erwähnen, es gilt die Unschuldvermutung, hat sich dann in mehreren Medien auch äussern können. Er hat selber einen offenen Brief an seine Freunde und Freundinnen in der Szene, die wahnsinnig zahlreich und wahnsinnig einflussreich sind, verbreitet. Alles können wir nachzulesen, wir werden dir es auch verlinken. Für mich ist es einfach klar, dass in dieser Personalisierung nichts passieren wird. Es wird Gerichtsfälle geben, die Männerriege in der Schweiz und auch in Süddeutschland oder Berlin, der Berliner progressiven Szene. Wir dürfen nicht vergessen, der Tagesanzeiger gilt als explizit links progressive Zeitung. Das sind die Guten, das sind die Feministen, das sind die Gleichstellungsmenschen, das sind wirklich die Crème de la Crème vom Journalismus. So besteht das Selbstbild. Und die stellen sich hintereinander wie ein Mann zum Anderen. Die zwei Frauen oder drei Frauen, die da mitmachen, sind einfach die klassischen Mitläuferinnen und Mittäterinnen, weil sie natürlich ihr eigenes, ihre eigene Position und ihre fragile Position und die einzige Möglichkeit, die sie als Frau haben, auch Kapital zu schaffen, nicht riskieren wollen. Also das begreife ich sofort. Jetzt gibt es eine neue Fernsehsendung von Anja Reschke, Reschke Fernsehen. Genau. Und in der letzten Folge hat sie über strukturellen Sexismus bei Springer berichtet. Ja, großartig. War eine super Sendung. Und wo auch deutlich wird, also der Fall war der Fall Reichelt, warum eben kaum jemand mit Namen sich zu diesem Fall äußert, sondern wenn anonym. weil die im meisten sind es Frauen, aber auch viele Männer haben sich inzwischen an Anwaltskanzleien ja gewendet und auch Aussagen gemacht, aber eben alles anonym, weil sie heftige Bestrafung, kann man schon fast sagen, bedrohen. Ich möchte das benennen. Also Reschke Fernsehen zeigt ganz klar die mafiösen Methoden der einflussreichen Journalisten im deutschsprachigen Raum. Das wird sicher im englischsprachigen Raum ähnlich sein, davon weiss ich nichts, aber im deutschsprachigen Raum, das kenne ich, vor allem in Deutschland und in der Schweiz. Es gibt mafiöse Methoden, indem die Männerriege zusammenhält, egal ob sie eigentlich bewusst wissen, dass der Chef tatsächlich Frauen mobbt. Das spielt keine Rolle, selbst bei Typen, die mit grossen Feministinnen liiert, sind die auch unfassbar feministische Artikel schreiben, feministischer als die Feministinnen meint man meistens, also Mansplaining auf Feminismus ist ja total in und die halten nicht nur zusammen, sondern sie organisieren gegen Kampagnen. Es werden Schmiere Kampagnen organisiert gegen die Frauen. Was finden wir heraus über diese Frauen, um sie mundtot zu machen? Ich erinnere daran, ich habe mein eigenes Mediatur aufgeschrieben auf zehn Seiten, ich werde es noch nicht veröffentlichen, mit der TX Group, aber ein Erlebnis ist mir in Erinnerung geblieben und es war eine massive Bedrohung, als ich als eine der wichtigsten politischen, unabhängigsten Stimmen als Kolumnistin in der Schweiz wirklich sehr umstritten war, vor allem von Journalisten, die mich nicht ausstehen können, die so neidisch sind, dass ihnen die Hose immer gerade abfällt, wenn sie mich sehen oder hören. Und da war ich in einem privaten Wandel in meiner Familie und ich habe eine Schwäche für junge Feministin, die hat das mitgekriegt und dann habe ich am nächsten Tag während ein Zehn Tagen einen Telefon-Terror erlebt von Schweizer Journalisten, die jetzt wissen wollten, wie das mit meinem Privatleben steht, was überhaupt in keinem Zusammenhang stand mit meiner wissenschaftlichen und journalistischen Tätigkeit. Weil diese junge Journalistin das weiter erzählt hat. Sofort. Also die war eigentlich angesetzt auf mich und das weiss ich jetzt, die wurde angesetzt auf mich, weil die wussten, ich bin ziemlich versiert in solchen Dingen, weil die wussten, so werden wir sie kriegen. das ist schon, also es sind mafiöse, also Reschke Fernsehen beschreibt das ja auch, es sind mafiöse Vorgänge, da werden Männer an die Türe der sich wehrenden Frauen geschickt, die ihnen ganz klar machen, du, an deiner Stelle würde ich wirklich die Schnauze halten, weil du sonst keinen Fuss mehr auf den Boden kriegst. Genau, und vor allem finanziell, also Gerichtsfälle kosten ein Vermögen, deshalb geht es sofort in die Gewerkschaften, weil die können einen MeToo-Fall für euch übernehmen. Das ist das Einzige, oder eine Rechtsschutzversicherung, wie du immer sagst. Und weisst du, was es noch gibt beim Media2? Es gibt ein Media2 Washing. Ich weiss nicht, ob wir das schon gehabt haben. nein. Der Tagesanzeiger hat diese Woche fünf neue Kolumnisten angekündigt, fünf, die für den Aufbruch stehen, als gäbe es überhaupt kein Media2 im eigenen Haus. Und diese neuen Kolumnisten machen einfach mit. Darunter eine Vorzeigefeministin und natürlich Kim Delorison. Das sind ja auch Vorgänge. Ich erwarte natürlich, dass auch die im Verlag arbeitenden denkenden Menschen hier wirklich auch vor den Spiegel stehen und sich fragen, was machen wir hier? Also ich hoffe tatsächlich, dass die neuen Kolumnisten und die Kolumnistinnen die zwei, dass die unbedingt das Media2 innerhalb dem Verlag frei und öffentlich auch thematisieren. Das ist natürlich die schwierigste an sich. Ja, aber das habe ich immer gemacht. Das ist eigentlich die Berufsäge. Tja, tja, aber es gibt ja noch so einen lustigen Fall, also lustig in Anführungszeichen. Ja, wenn ich weiter, ich rede einfach so viel, aber ich fahre gerade weiter. Aber ich höre dir gerne zu, du sprichst sehr kluge Dinge aus. Vielen, vielen Dank. Hundekot-Attacke, die eigentlich Gewalt gegen Frauen heissen sollte. Der deutsche Ballettdirektor Maria Mario Göke Marco siehst du ich? Göcke Göcke Ich helfe dir. Ich stehe an deiner Seite. Vielen Dank. Der deutsche Ballettdirektor Marco Göcke greift verbal und physisch eine Kritikerin, die vorher nie persönlich mit ihm Kontakt hatte, während einer Premiere im Foyer des Staatstheaters Hannover an, alle schauen zu und erschmiert nach der verbalen Attacke eine physische Attacke als Eskalation der geschockten Wiebke Hüster Fäkalien ins Gesicht, Hundefäkalien. Diese erstattet sofort Anzeige, die FAZ schreibt einen geharnischten Artikel zum misogynen Angriff auf ihre Journalistin und Redakteurin und den Angriff auf die Pressefreiheit. So weit, so klar, liebe Menschen. Also ein Mann schmiert einer Frau Hundekot ins Gesicht, er greift sie zuerst verbal und dann körperlich an. Es ist absolut klar, wer Täter und wer Opfer ist. Darüber hinaus ist die Dimension noch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Was passiert? Das Theater will den Typen nicht sofort entlassen. Sie warten über eine Woche. Die Schriftstellerin Sibyl Berg eilt dem Täter sofort zur Hilfe. Der Täter selbst postet ein larmoyantes Video über die verletzte Künstlerseele. Das Ausnahmetalent, der Ausnahmemensch, so Berg, solle doch nicht entlassen werden. Er sei so entscheidend für die Kultur, man solle sich doch versöhnen. Im Nachhinein kommt Geschichte heraus, dass er eine Assistenz besitzt, die den Ballettdirektoren überall seine Dackel hinterher trägt. Und das über Jahre. Er sagt, er fühlt sich seit 20 Jahren von der Kritikerin verfolgt. Sehr verehrte Damen und Herren, ganze neun Kritiken hatte die Kritikerin verfasst, zu Göckes Choreografien, während er über 80 Choreografien gemacht hat. Also dieser Ausnahmemensch. Was ich absolut empörend finde, nicht nur empörend, sondern rechtsstaatlich verletzend, Kultur hat tatsächlich, die Kulturleute, das ist nämlich nicht der erste Skandal, haben tatsächlich das Gefühl, sie stehen über Demokratie, Rechtsstaat, normalen Umgang, Anstand und normalen Prozessen. Das stinkt wirklich zum Himmel. Und sie sagt, also Sibyl Berg geht noch weiter, sie sagt, ein Angriff auf die Pressefreiheit konnte ich darin nicht erkennen, sondern einen sehr ekligen Übergriff und eine körperliche Attacke. Ich wünsche Frau Hüster, dass sie sich davon bald erholt, Zynismus pur. Und dann sagt sie, ich kenne Marco als Bekannten und als Künstler seit Langem. Es war mir unverständlich, wie einem sehr sensiblen Menschen so eine Entgleisung passieren konnte. Und da zitiere ich meine geliebte Mutter, sie Ruhe in Frieden, die war oft sehr süss, also auch irgendwo naiv. Da haben wir irgendeinen Nazi-Film geguckt und sie hat gesagt, es ist schon erstaunlich, jetzt ist er so hübsch und ist so ein böser Mensch. Und das ist genau das Niveau, das sich die Kulturmenschen leisten. Ich möchte noch ganz schnell den anderen Fall erwähnen. Darf ich dazu aber noch was sagen? Da hätte ich noch einige Dinge, die da passen. Zum einen, das hat natürlich viel mit dem Geniekult zu tun, der in Deutschland immer noch sehr stark ist. Das Kunstgenie sind immer Männer, es gibt keine weibliche Geniekultur und die stehen außerhalb von Recht. Ich habe gestaunt, wie berichtet wurde, wobei ich auch ehrlich sein muss, es hätte noch schlimmer berichtet werden können. Ich bin ja da schon zufrieden. Ja, aber die Attacke war auch, es war eine Fäkalienattacke. Da kann selbst der grösste Frauenhasser nicht sagen, ach jo, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, und natürlich, also auch diese, manchmal wurde ja versucht zu begründen und dann wurde das Wort Streit, nach einem Streit hat er reagiert. Es war ihm Affekt, Affekt. Also, ich meine, wir kennen das alle, wir haben alle Hundekot dabei und dann ist es halt der Affekt. Also, nein, das ist eine geplante Aktion gewesen. Und es war auch kein Streit. Sie wurde angegriffen von ihm. Sie stand im Foyer und wurde Dazu ein Gedanke, Regula. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass in den letzten Jahren Sprache immer wieder als Gewalt tituliert wurde. Also, du tust mir Gewalt an, wenn du mich so und so nennst. Du tust mir Gewalt an, wenn du über mich schreibst. Also, wie es eine Kritikerin tut. Und wenn aber Sprache, auch jetzt in diesem konkreten Beispiel, der Text einer Kritik über ein Stück als Gewalt geframed wird, dann wird es plötzlich perverser Weise legitim, damit mit körperlicher Gewalt zu reagieren. Und das ist hochgefährlich. Hochgefährlich. Sehr gut. Hochgefährlich. In einem Punkt möchte ich dich gerne berichtigen, denn das sehe ich nicht so. Ich sehe, das Staatstheater Hannover hat sehr gut reagiert, hat sofort an dem Abend noch ein Hausverbot ausgesprochen für den Ballettdirektor. Und ich will es noch mal sagen, Mario Göcke, sofort, sofort. Die haben wirklich sofort reagiert und ihn nach einer Woche entlassen. Und da muss ich auch sagen, das kann ich mir vorstellen, die bürokratischen juristischen Prozesse, die brauchen eine Woche. Das ist schon schneller, als jedes Bürgeramt arbeiten würde. Also, Staatstheater hat gut reagiert, aus meiner Sicht. Jetzt wollte ich noch was sagen und jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich finde deinen Punkt, ich möchte den noch mal wiederholen, weil der wirklich sehr klug ist und ich überhaupt nicht daran gedacht habe, ich bin so froh, hast du den gebracht, dass in einer Zeit, in dem Sprache als Gewalt dargestellt wird, dann die Konsequenz daraus folgt, dass dieser Gewaltakt, der aber ein Sprechakt ist, auch mit Gewalt beantwortet wird. Mit körperlicher Gewalt. Und natürlich, jetzt weiss ich es wieder, und natürlich, ich möchte noch mal daran erinnern, vor ein paar Wochen wurden Frauen, die sich für Frauen einsetzen, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber Frauen, die sich für Frauen einsetzen, wurden im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Scheißhaufen betitelt. Genau. Und ich finde, es ist schon ein großer Zufall, ein großer Zufall, dass jetzt plötzlich eine Frau mit einem Scheißhaufen angegriffen wird. Genau. Und da komme ich zu meinen Konsequenzen für den Kulturbetrieb. Weil ich hatte noch den Fall Teichtmeister, da gibt es genau gleich. Also die haben ein Jahr einen Mann, der schon von der Strafbehörde verfolgt wurde aufgrund des Besitzes von Kinderpornografie, das die Staatsanwaltschaft festgestellt hat und das Verfahren eröffnet hat. Also explizit. Und die Institutionen wurden informiert, das Burgtheater. Also ich sage nur, lese die schwarze Petra, also die könnte noch viel, viel brutaler sein. Also das Burgtheater. Das ist mein Krimi für die, die es nicht wissen, schwarze Petra. Entschuldigung, ja, weil das passt so gut, oder? Und eben das Burgtheater war informiert und sie haben sich von Florian Teichtmeister, ihrem Hauptschauspieler, den sie ein Jahr nach dem Eröffnen des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft darauf bezogen, ihm sämtliche Hauptrollen doch trotzdem zu geben. Also die haben ein Jahr lang diese Ausnahmen, diesen Ausnahmen Menschen weiter beschäftigt, während das ORF viel gescheiter war und die Hauptfigur, die die Toten von Salzburg ausgesetzt haben, also Florian Teichtmeister, weil sie eben auch von der Staatsanwaltschaft informiert wurden. die haben diesen Ausnahmemenschen einfach gefragt und vertraut, ähnlich auch die Corsage-Regisseurin, als er gesagt hat, ach was das mit dem Besitz und mit diesem Verfahren, das eröffnet wurde, das hat doch nichts mit mir zu tun, das ist ein Rachefeldzug meiner Ex. Und du verwendest natürlich diesen Begriff von Sibylle Berg, Ausnahmemensch, total ironisch, einfach um es nochmal deutlich zu sagen, nicht dass es dann heisst, also der Witz von unserem Rechtssystem, ich bin ja ein Fan von unserem Rechtssystem, dass es keine Ausnahmemenschen gibt, es gelten eben sämtliche Regeln für alle. Absolut. Für alle. Und da komme ich zu meinem politischen Vorschlägen nur ganz kurz, der Kulturbetrieb muss tatsächlich voll renoviert werden und reformiert werden. Es braucht respektive einfach das Grundgesetz muss auch dem Kulturbetrieb angepasst, also Anwendung finden. Es braucht als erstes eine Amtszeitbeschränkung, es braucht Quoten, es braucht limitierte Spieldauern und es braucht diese Abschaffung des Geniekultes, der eh immer nur Opfer Tyrannei und Hierarchie produziert. Der Kulturbetrieb ist die letzte Bastion des 19. hierarchischen Misergynen Jahrhunderts. Es reicht. Wir eilen in der Kultur von Skandal zu Skandal voller Antifeminismus und Antisemitismus 40 Millionen für die Israel-Hetze und Judenhass in der Documenta 15. 18. Wir wurden in Zürich bei der Intendanz des Schauspielhauses von zwei Jungs ständig mit revolutionären Quatsch beschmiert, der Chador Menschenfleischverkauf, Leihmutterschaft und die Abschaffung von Turfs inszeniert haben. Glücklicherweise wird jetzt der Vertrag nicht verlängert. Ich habe die Nase voll, solche Typen ständig zu feiern und zu loben und ständig revolutionären Terrorismus zu kriegen und den dann auch noch offensichtlich ganz klassisch am öffentlich-rechtlichen Fernsehen durch Jan Böhmermann, der die Turfs, dieses neue Wort für alte Schlampe, Hexe und zu vernichtende Frauen, der die Turfs eben auf den Scheisshaufen geworfen hat. Ich finde, diese Diskussion wurde nicht geführt, weder im Media2, im neuesten Fall von der TX Group, noch in diesem Kulturbetrieb rund um die sogenannte Hundekot-Affäre. Und ich bin sicher, dass diese Debatte jetzt dank auch der Podcast von Isabel Ruhner und Regula Stempfli weitergeführt wird und so diskutiert und ein Punkt, wie mit Sprache umgehen und wie Sprache in letzter Zeit behandelt wird. Unglaublich wichtig und dem müssen wir noch was aufnehmen. Das machen wir sehr gerne. Übrigens wirklich hören uns viele zu, die dann darüber in Medien berichten. Das fällt mir richtig auf in der letzten Zeit, was natürlich sehr schön ist. Ihr könntet uns aber ruhig auch einmal zitieren, liebe Journalistinnen und Journalisten. Das ist echt ein Skandal. Aber das sind diese Leerstellen, genau das passiert beim Programmieren. Weil wir als unbequem gelten, wobei ich einfach hinweise, ich habe noch gar nicht begonnen unangenehm zu sein oder unbequem zu sein, weil wir als das gelten und weil eine riese Portion Neid damit mitspringt. und ich finde es auch sehr bitter, dass wir nicht ständig zitiert werden. Aber wir zitieren einander, ist doch großartig. Wir zitieren einander. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das war die Podcastin der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Die Untertitelung des ZDF, 2020